Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute ist immer noch der Geburtstag meiner Tochter. Zusätzlich zu den Moinballs, die ihr in einem anderen Video gesehen habt oder sehen werdet, das weiß ich noch nicht genau, werde ich auch Bratwurst machen. Dazu brauchen wir folgendes, einmal den Kameraschwenk, zwei Drittel Rinderhack, ein Drittel Schweinehack, zwei Kilo, ein Kilo, dann von Udenheim Barbecue, Bacon Goodness Bratwurst. Der Jon ist super begeistert von seinen eigenen Gewürzen, da habe ich mir gedacht, kaufe es einfach mal, mal gucken, was passiert. Zusätzlich habe ich mir bei meinem Metzger des Vertrauens frischen Schweinehack besorgt und bei Thomas Phillips hatten sie eine Wurstmaschine im Angebot, die ist noch nicht hier oben, die sehen wir dann gleich. Viel Spaß dabei. So, habe ich total vergessen zu erzählen? Jörn hat nämlich alles richtig gemacht, der hat hier hinten drauf geschrieben, in welchem Mischverhältnis das Ganze gemacht werden soll. Das heißt, man kauft sich nicht nur dieses Gewürz und experimentiert, sondern er hat da schon eine bestimmte Vorstellung gehabt, wie eine Wurst schmecken soll und an die werden wir uns einfach mal halten. Und zwar sind das wie folgt, 25 Gramm pro Kilo von dem hier und 17 Gramm Salz. Salz muss extra dazu gefüllt werden. Finde ich gut, weil manche Leute mögen es etwas salziger, andere etwas weniger salzig und vor allen Dingen hat man dann auch die Möglichkeit, im Zweifel Nitrik-Pökel-Salz zu benutzen und daraus eine Meckwurst zu machen. Aber das machen wir nicht jetzt, jetzt machen wir eine Bratwurst. So, Mett ist fertig geknetet. Ich nenne es jetzt Mett, weil es gewürztes Hack ist. Also, ich kann nur bestätigen, das riecht absolut genial. Und wenn es so schmeckt, wie es riecht, dann wird das Ding ein voller Erfolg. Das ist die Upsa. Das ist im Übrigen jetzt besagte Wurstmaschine. Hier unten kommen dann diese Töne drauf. Ich habe hier vorne schon mal einen mit dem Darm überzogen. Ich lasse sie jetzt extra mal drin, weil ich nicht wusste, wie schnell das geht. Ich probiere das erstmal, aber es klingt besser als gedacht. Jetzt fülle ich hier Upsa. Jetzt fülle ich erstmal die Maschine. Und wenn die Maschine gefüllt ist, versuchen wir mal den Rest. Dazu muss das Ganze relativ eng unten rein, damit keine Luftreinschieße drin sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder am ließen. So, hier haben wir den Darm. Das Breit haben wir schon bis vorne rausgedreht. Gucken, dass wir das Ganze jetzt luftleer bekommen. Und ein bisschen mehr Darm. Und dann machen wir vorne einen Knoten rein. Habt ihr schon mal mit links einen Knoten gemacht, wenn ihr rechts an der Seite? Und dafür ging es aber gut. Die überschüssigen Reste, die machen wir nachher weg. So, jetzt mal vorsichtig weiter drehen. Achtung, ich stelle mich hin. Ja, drehen, drehen, drehen. Hinten ein bisschen festhalten. Ein bisschen schneller drehen. Ja. Gucken, dass nach Möglichkeit keine Luft drin ist. Stopp. Und ein bisschen weiter. Ich mache die jetzt fertig, die Wurst. Abgedreht wird die nachher. Also, das geht besser als gedacht. Ich weiß nicht, wie anstrengend das von deiner Seite aus ist. Was sagt die Frau an der Kurbel? Also, sie sagt, passt. So, stopp, 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 stopp. Ich muss mal hier ein bisschen meine Wurst sortieren. Sieht ja schon fast aus wie der Metzger hier. So, und weiter. Halt, 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 halt. Ja, das kann ich nachher mit einem Nädelchen rauspiken, denke ich. Moment. So, Luft raus, so oder so gut wie. Wie gesagt, den Rest machen wir dann gleich nur Nädelchen und weiter drehen. Halt, halt, halt. Geht noch nicht mehr. Ich würde sagen, nahezu optimal. Wow. Also, das bisschen ist jetzt übrig. Das müsste man jetzt mit der Hand reinstopfen. Dadurch, dass ich jetzt aber hier sozusagen fertig bin. Jetzt versuche ich hier noch einen Knoten reinzumachen. Ich habe zu dicke Finger für so ein kurzes Ding. Ja, ich werde gleich noch einen Knoten reinmachen und dann ist gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe eben kurz überlegt, ob ich die Wurst nicht am Stück auf den Grill tue, um mal was wirklich Großes herzustellen. Habe mir dann aber gedacht, nee, das ist ja auch viel zu viel. Das heißt, ich werde jetzt kleine Würstchen abdrehen und die kommen dann nachher auf den Grill. Wie das geht. Man nimmt sich die Würstchen, ich sage mal so, gute 17, 18, 20 Zentimeter. Und ich glaube, die sind ein bisschen voll. Und dann kann man die hier drehen. So, dann nimmt man sich das nächste. Gleiche Länge, ganz wichtig, dann in die andere Richtung drehen. Sonst dreht man nämlich hier den Knoten wieder auf. So, dann wieder nächste. Nehmen. Und drehen. Und das machen wir jetzt für den ganzen Paket. Und wenn ich fertig bin, zeige ich euch das Ergebnis. Meine Frau steht übrigens da. Hatte gerade eine brillante Idee. Sie sagte, lass einfach die nächste Wurst aus. Geh zum übernächsten. Drück die Enden zusammen. Und zwirbel sie. Und ich muss sagen, das sieht deutlich besser aus als bei mir. Vielleicht sollte meine Frau das Grillen machen und nicht ich. Aber gut, okay. Am Schluss bleibt noch ein kleines Stückchen übrig. Wie ist das für ein Hund? Das sind sie jetzt. Wir gehen jetzt in den Kühlschrank bis heute Abend. Und alles, was nicht gegessen wird, kann ganz geschmeidig eingefroren werden. Dank des Salzes da dran. Halten Sie sich auch ein paar Tage, das ist überhaupt kein Problem. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Erstmal sehen wir uns heute Abend auf dem Grill. So. Hier haben wir die Würstchen. Dadurch, dass wir Rohwurst haben, werde ich die jetzt auch erstmal in den indirekten Bereich legen. Damit die warm werden und gar ziehen. Und wenn das dann passiert ist, kommen die auch ganz geschmeidig mit in den direkten Bereich, um auch da ein wenig Farbe ans Fleisch zu bringen. So. Und ja. Alles klar. Passt, wackelt, hat keine Luft. Deckel drauf. Achtet drauf. Ventil auf der anderen Seite, damit die Konvektion richtig vernünftig funktioniert. Und dann legen wir los. So, Essen ist fertig. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal, du wuchst. Das riecht nochmal schnell ab. Boah, da fährt man schon. Also die riecht unglaublich. Ich mache jetzt mal einen gekonnten Mittelschnitt. Boah, Wahnsinn. So, ich teste jetzt einfach mal. Zum Holen. Ich muss dem Jörn recht geben. Das Gewürz ist einfach der Hammer. Das hat er richtig gut gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Gerne ein Abo, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Entschuldigung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also lass uns mal, dass ich die резiny irgendwie唯 página needs einen Daumen hoch da. So... sector Test curl. Das war die Sitzung. So... Vielen Dank.